Wenn ich einen Schuss höre, dann schrei, dann rufe ich sofort... Oder wenn was ins Wasser platscht. Ja, oder wenn was ins Wasser platscht. Dann rufe ich die Vermittlung an, verlange den Staatsanwalt und dann nichts will weg hier. Okay. Hoffentlich weißt du, was du tust. Das hoffen wir alle. Ah, da seid ihr ja, Jungs. Die negative, Emmett. So, und jetzt können Sie und Ihre hübschen Freundinnen so viel telefonieren, wie Sie wollen. Ryan liegt mitten auf dem Dock, erschossen von Crystal Ling. Na, dann werden wir ihn wegräumen lassen. Ich kümmere mich darum. So ging es in keinem deiner Romane zu. Tja, mein Schatz, das Leben ist immer anders.